so meine Damen und Herren bekommen wir hier zurück zu einer neuen Folge von Battlefield 1 hier auf meinem deutschen Kanal. Ey jetzt haben sie mir die Pferde weggeschnappt. Was sind das für Wichser? Hä? Hier ist noch ein Pferd. Warum kann ich? Ah jetzt kann ich beitreten. Ah. Ja und damit begrüße euch. WTF. Okay was ist hier auch immer los? Begrüße ich euch hier zu einer neuen Folge von Battlefield 1 hier auf dem deutschen Kanal. Heute noch die erste Folge alleine. Ich hoffe dass die nächste Folge dann mit jemand berühmtes wird. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt erst mal heute erst mal noch nicht alleine. Hat den folgenden Grund ähm dass ich jetzt ähm doch was aufnehmen möchte aus Lust und Langeweile. Habe ich gesagt jo nehme ich jetzt noch eine auf. Äh die andere Person die muss noch äh kurz was essen. Kurz noch andere Sachen machen und deswegen würde ich sagen geht das vollkommen klar. So. Geil wie man hier hängt einfach. So. Es sind zwei Punkte nebeneinander. Es ist ja auch bei Battlefield äh viermal gewesen. Ähm meine Lieblingssache war das nicht unbedingt. Ah Mist. Okay gut. Ich habe vorhin eine Runde gespielt gehabt. Da waren teilweise nur. Echter spreche ich es aus. Wichser unterwegs. So welche hässlichen Dreckigen Wichser. Und ich hoffe mal dass diese Runde ein bisschen besser wird. Es muss ein bisschen entspannter werden. Ähm und ja wie gesagt ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit. Habe ein bisschen Langeweile. Gerade eben habe ich nichts Großes zu tun. Ähm ich weiß nicht warum ich es so sehr umlecke. Hm. Also ich habe irgendwie den Ping. Okay ich habe auf jeden Fall einen Ping von 2.30. Bei uns hatte ich bei 100 irgendwo den Ping gehabt. Und deswegen hat mich das ziemlich angekotzt. Wir sind jetzt noch relativ entspannt. Wie gesagt. Es ist eine Runde. Entspannter Runde. Und ich habe einen guten Vorschlag für euch. Ich weiß nicht. Es kommt auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ob ihr den Vorschlag haben wollt oder nicht. Jo alter ich brinne. Alles klar was ist denn hier los. Hier kamen ja Sachen. So. Man könnte auch sagen, jedes Mal, wenn ich sterbe, müsste ich mir eine reinknallen. Ah! Okay. Oh! Okay, ich bin... Ah, hier bin ich wiederbelebt. Eigentlich müsste der Schlag zurückkommen. Ah! Das ist keine gute Idee gewesen, aber jetzt habe ich angefangen damit. Aber jetzt habe ich angefangen hier mitten im Krieg! Ah! Scheiße! Ich habe keine Lust mehr. Meine Backe... Ey, das war kein leichter Schlag, das sage ich euch. Ich versuche mal hier ein bisschen rumzukommen. Ach Gott, ich muss... Nachladen, nachladen. So, ein bisschen weiter vor, können wir jetzt... Ach du Scheiße, ich habe gerade kicken geflogen! Scheiße, ich wollte gerade gucken, ob das eine Waffe ist, die hier lag. Ich brauche ein bisschen Stabschütze näher hin, das täuscht. Ah! Scheiße! Aber gut, durchgehalten, würde ich sagen. War recht okay. Ich habe mich mal gut geschlagen. Wir reiten mal mit dem Pferd ein bisschen weiter vor. Oh! Gehen wir! Ja, gut Es ist unangenehm Es tut nicht weh, aber es ist extrem unangenehm Man bekommt ja, okay, nie jeden Tag Macht man sowas und deswegen ist es ja nicht gerade Angenehm für die Leute, die SM mögen Die wissen natürlich, es ist geil Die würden mich jetzt als verrückt erklären So, wir versuchen mal hier ein bisschen außerhalb Noch ein bisschen zu reiten Ja, ähm, Leute, Leute, Leute Leute von heute Ich habe ja schon in letzter Woche Ein paar Videos erzählt Es muss sich einiges ändern Hier auf meinem wunderschönen Kanal Oh, fuck Hier wechsle ich als Sniperer Nicht so schlecht Ich glaube, wir probieren es einfach nochmal Mit einem Scharfschützengewehr Als Speer Dreht mal bei So Und dann versucht man das gleiche nochmal Ungefähr nochmal das gleiche nochmal Ach, halt, warte, ich habe vergessen Dafür gibt es eine Doppelbestrafung Puh Nein Das tat aber nicht weh Das tat mir an der Hand weh Weil ich meinen Kopfhörer geschlagen habe Ja, ich habe auch schon in den letzten Folgen erzählt Ich würde gerne mal wissen, was sich eigentlich so gewünscht wird Als Videos So Auf und los geht's wieder Da wechsle nehmen wir glaube ich mal die Aber wir haben ja bloß Okay Ich habe gedacht, wir haben noch ein Pistol unterwegs Äh, mit dabei Aber die haben wir wohl nicht Oh Das Tut gar nicht mal weh Das tut gar nicht so richtig Flasch Ah, ne, du Sir Haben wir Warum haben wir niemals einen Panzer Versorger Ich glaube, als Versorger Sind wir Jut unterwegs Oder auch nicht Das war ein Scheiß-Spawn Wollen wir mal hier hinterwerfen? Oh, die, 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 die Gasmaske Von wo? Alles klar, Leute Das tut langsam weh So Was kann man so schönes Präden? Das sind ja immer so die Sachen Bei mir Was kann man denn so schönes Präden? Ich muss mir mal neue Waffen kaufen Das fällt mir auf Ich hoffe, das spielt nicht so oft Spiele So Es ist noch Mittagsruhe bei mir Also wir haben es noch nicht mal um zwei Also wenn jetzt irgendwann mein Nachbar Vorbeikommen würde Würde ich das natürlich verstehen Was hat er denn gemacht? Süß Nicht wahr? Mich würde auch Vielleicht interessiert euch ja was ganz anderes Ich will ja nun Nicht gerade der berühmte werden Auf YouTube Ich möchte einfach Ein paar Leute finden Die sagen Okay, den Teuk guck ich mir an Von dem Oh Da war ein Speer Da waren Raketen unterwegs Heiliger aa Zeit Ich zie"- Arsch So Ra Okay Now Hey So affir了 So Super So Spaß Ja La Tra Wir Na, ganz knapp, würde ich sagen. Nee, der hat noch volles Leben gehabt. Scheiße, dafür gibt es eine fette. So. Wir sind aber gut durchgekommen. Aber ich würde mal sagen, wenn es weiter so geht, gewinnt der Feind. Vielleicht müssen wir uns... Ja, ist so die Sache. Halten wir uns jetzt weiter nach hinten. Wir müssen aber dort alleine durchwaschen. Oder wir gehen voll ins Gefecht, was nach vorne geht. Ich würde fast sagen, ich verschwinde wieder nach hinten. Hat eben den einfachen Grund, dass hinten weniger los ist. Und ich vielleicht ein bisschen Ruhe hinten habe. Alter. Ja, schon wieder, ja. Da haben wir jedenfalls noch einen erwischt. Das ist sehr gut. Alles klar. Hätte ich mich bloß nicht gebeten. Hätte ich vielleicht überlebt. So. Wir haben das Viertel vor zwei. Und Menzi ist einfach scheiße. So, ich nehme mir wieder einen Brautenab. Vielleicht hilft der. Panzer. Marnition. Kavalier. Waffe. Das ist okay. Und Schritt. So. Da habe ich, glaube ich, euch gerade kurz geschlagen. Das ist aber kein Problem, glaube ich mal. Das geht schon. Alles klar. Und wie gesagt, ich würde mal sagen, wir schwinden wieder nach hinten. Okay, das ist auch cool. Das habe ich auch zum ersten Mal jetzt gesehen. Ja, mit dem Schwert, aber ich stürme mit dem Pferd. Na ja, gut. Wenn sie schlägt, sie schlägt sich für jeden Tod. Nicht gut. Die Runde ist gerade mal halb erst vorbei. Ah, wir verlieren. Wir werden hundertprozentig verlieren. Oh. Halbzeit. Wir haben die Oberhand. Oh. Alles ziki. Das war der Knochen. Oh. Ich habe den Knochen mitbewegt. Oh. Oh. Was ist denn? Das habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe gegen die Unterkieferbacken hier. Oh. 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 Oh Leute, das ist so schmerzhaft. Äh. Wir verlieren Einsatzziel Banta. Halbzeit, mach Sie doch nicht! Oh. Oh Scheiße. Also die Schläge werden sünfter. Die Lust geht echt nach unten. Guckt euch das mal an. Und hier hinten hängen auch noch ein paar Geil Geil, 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 geil Weil noch niemand fährt Oder sonst irgendwas hier Mann, kotzt das einen an Soll man die ganze Strecke laufen So eine Wichsscheiße, Leute Bringt mir nie viel auf die Entfernung Was ist das? Das ist die Leute, die überhaupt so lange überleben Manche, das ist schon verrückt Jungen, du brauchst Munition Und ich will die Munition geben und dann Alles klar Ich hab die ganze Zeit auf ihn geschossen Man hat auch gesehen, dass ich auf ihn geschossen hab Also jetzt kann man Ach, warte mal Es geht gar nicht Es geht gar nicht so gut mehr Aber ebenso würde ich damit schießen Wir haben DE übernommen Sehr, sehr nice, Leute So eine Dreckige Scheiß-Fix-Fixe hier Abzu... Warum versucht keiner nach oben zu gehen Wir werden doch versuchen von Ehe zu kommen, oder? Wir verlieren Einsatzziel, David Äh, ja, von hinten Oh, da waren sie Also so, glaube ich, läuft es recht gut Aber wir verlieren gerade Cäsar sehr, sehr schnell Das war bei dem ich, das weiß ich Äh, das war Reihenwasher Naja, gut Irgendwann, wir müssen irgendwann mal ein Thema anfangen Mir schreibt kein Schwein mehr Bin ich so scheiße geworden Wurde sowieso gesagt Ich bin nicht mehr ein guter Äh, kein guter YouTuber Oder man ist Es ist sehr leicht, besser zu sein als ich Äh, meine Meinung danach Ja, das ist es Und Ich mache das ja auch nicht als Ich mache es ja hier aus Spaß Und nicht aus Muss oder sowas Sondern ich mache es einfach aus Spaß Und wenn das die Leute nicht verstehen Dass es Spaß ist Dass man, was man hier macht Dann Tut's mir leid Weil Wie gesagt Ich möchte kein großer YouTuber oder sowas werden Ich möchte einfach Spaß Mit YouTube haben Was ich so jetzt habe Dann ist mir egal Ob viele sagen Du bist scheiße oder sowas Ist mir das völlig egal Weil Wenn man Spaß daran hat Und das sein Hobby ist Und man versucht sich was aufzubauen Oder, oder, oder Dann Dann ist es gut so Dann ist es richtig so Dann macht man es auch alles gut so Aber wenn irgendwelche Leute ankommen und sagen Jo Ähm Ja Deine Mutter ist selbst besser als du auf YouTube Und die macht das noch nicht mal oder so Das war keine Beleidigung Aber Ich denke ihr wisst, was ich meine Vielleicht sagt ihr mir auch so Ja Mach mal mehr schönen Videos Von Autoxmonade, oder, oder, oder Das sind die Videos, die nicht gut ankommen Das sieht man ja auch Aber Wie mache ich es trotzdem Weil es Spaß macht Es macht einfach Spaß Sowas aufzunehmen Dem ich zu quatschen Und mehr möchte ich auch nicht Wer hat denn gesagt, dass ich Groß auf YouTube rauskommen möchte Wer hat denn gesagt, dass ich gut sein möchte Wer hat denn gesagt, dass ich Äh, sonst was Irgendwas sein oder machen möchte Ähm Da hat sich Vollkommen daran Hat Ja, falsch gedacht Sagen wir es mal so Wie gesagt Ich möchte einfach Nur Spaß haben Und Es ist Man muss sagen Ich Möchte Auch nicht groß werden Ich möchte nicht Wie PewDiePie oder sonst irgendwas werden Daumen Ja, aber ich Von meiner Sicht aus Sehr, sehr schlicht gesehen Alles klar Jo, warum treffe ich nicht? Ihr habt doch gesehen Dass ich getroffen habe Ey, was war denn das? Ich treffe Guckt euch das mal hier an Ah, hier können wir jetzt auch Sich die Waffen holen Aha 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 Das ist Das sind so welche Sachen Die habe ich mich überhaupt nicht dafür interessiert Äh Anpassen Oh Viel, viel besser Aber macht mir eine Nähe Schaden Scheißegal Kommen wir uns Die holen wir uns Jetzt geht's ab Leute Jetzt hat Jetzt hat Manzi eine neue Waffe Jetzt werden wir Mal zeigen Was eine Hake ist Weil eine Hake ist Eigentlich Äh Ja gut Camper Pussy Ja, das ist Ein Sniper Der campt Und wenn man Die ganze Zeit Am sparen Das ist wohl Okay Aber Ja Man weiß die Situation nicht Aber Wenn man sich an Battlefield 4 erinnert An die U-Bahn Da gab es auch eine Camper Äh Sache Äh Direkt neben der Rolltreppe nach oben Ähm Wo man sich gut Verstecken konnte Sag ich jetzt einfach mal Wir verlieren Ja Wer hätte das gedacht Dass wir verlieren Das habe ich sogar Von Anfang an gesagt Oh Das ist eine Schrotie Ist das Oh ne Hä Alles klar Oh ne Eine Schrotie Will ich nicht Ne Oh ne Oh ne Keine Schrotie Nehmen wir uns die hier noch Freischalten Ja Anlegen Zurück Äh Ich will doch keine hässige Schrotie haben Gut Leute Ich würde mal sagen Das war's für eine Runde Hoffentlich nächstes Mal Äh Wieder mit jemandem Gemeinsam Wenn nicht Dann habe ich wohl Keine Zeit gefunden Dann wird es nächstes Wochenende Hoffentlich werden Ich sage Wenn euch der ganze Schreibt mir Schreibt mir Oder auch nicht Und dann müssen wir nichts Mal sagen Ich hoffe ich habe Ich habe mal Es war hier noch ein paar Tja 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 Tja